Lohnt es sich ein Elektroauto mit Photovoltaik zu laden? Nach zwei Monaten im Juni und Juli möchte ich euch jetzt die Erfahrungen hier in diesem Video schildern. Im Juni und Juli sind wir jeweils 1500 Kilometer im Monat gefahren. Dabei hat die Renault Zoe 12 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Wir rechnen mal 15 mal 12 Kilowattstunden sind das 180 Kilowattstunden, die die Zoe jeden Monat verbraucht hat. Die Einspeisevergütung beträgt 11 Cent pro Kilowattstunde. 180 Kilowattstunden bringen 19,80 Euro. Zum Vergleich ein Diesel mit 6 Liter auf 100 Kilometer Verbrauch und einem Literpreis von 1,10 Euro. Bei diesem hätten die 1500 Kilometer 99 Euro gekostet. Nachdem ich im Juni und Juli zu 100% Solar getankt habe, ergibt sich diese Ersparnis. 99,00 Euro abzüglich die 19,80 Euro Einspeisevergütung, die ja nicht angefallen sind, ergibt 79,20 Euro. Hier seht ihr die Ausrichtung meiner Solaranlage. Ich habe eine Ost-West-Anlage, das heißt ein Teil der Module ist nach Westen ausgerichtet und Teil der Module nach Osten. Auf der Westseite sind es hier 12 Module, auf der Ostseite nochmal deutlich mehr Module. Insgesamt hat die Anlage eine Leistung von 9,5 Kilowatt Peak. Die Werte, die ihr seht, sind übrigens vom heutigen 1. August. Insgesamt sind 57 Kilowattstunden produziert worden. Hier seht ihr jetzt den Juli 2020, das war ein recht ertragsreicher Monat. Insgesamt habe ich hier 1312 Kilowattstunden produziert. Das Haus hat etwa die Hälfte verbraucht mit 664 Kilowattstunden. In diesen 664 Kilowattstunden sind auch die 180 Kilowattstunden der Zoe mit enthalten. Wenn man das jetzt mal alles zusammenrechnet, hat die Zoe 14% der Solarproduktion verbraucht, um 1500 Kilometer weit zu fahren. Hier möchte ich mal ganz gern den Jahresertrag für 2020 darstellen. Ihr seht jeweils die Monate Januar, Februar, März und so weiter. Man sieht ganz gut auch die ertragsreichen Monate April, Mai, Juni und Juli. Dort ist der gelbe Balken sehr hoch, bewegt sich also über einer Megawattstunde pro Monat. Wie stark fällt jetzt die Zoe hier auf? Ihr seht die roten Balken, das ist der Hausverbrauch. Und man sieht, dass insgesamt der Hausverbrauch zwar um 180 Kilowattstunden gestiegen ist, dass das aber relativ zu dem sonstigen Verbrauch hier nicht großartig auffällt. Für das Aufladen verwende ich einen Ladeziegel mit 3,6 Kilowatt Leistung. Das sind 3600 Watt. Dieser wird von meiner Anlage jeweils beim, wenn Überschuss vorhanden ist, eingeschaltet. Dazu habe ich ein eigenes Video erstellt. Die Zoe hat einen Akku mit 41 Kilowattstunden. Pro Stunde laden kommen also etwa 25 bis 30 Kilometer Reichweite zusammen. Das hängt natürlich schon stark von der Fahrweise ab. Ich möchte gerne mal ein Gefühl geben, was das bedeutet. Nehmen wir mal an, ich starte hier in München, hier in der Mitte zu sehen. Und möchte gerne nach Erding fahren. Nach Erding sind es hin und zurück etwa 80 Kilometer. Ist ja natürlich immer sinnvoll, den Weg hin und zurück zu betrachten. Für 80 Kilometer, das ist der grüne Kreis hier, muss ich etwa zweieinhalb Stunden laden. Jetzt möchte ich den Kreis nochmal vergrößern. Ich möchte jetzt nach Landshut fahren von München. Das ist schon etwas mehr. Das sind hin und zurück etwa 140 Kilometer. Das ist der Radius, den ich etwa mit 5 Stunden Ladezeit erreiche. Wenn wir jetzt nochmal einen draufsetzen. Und ich möchte jetzt hier nach Innsbruck fahren, ganz unten, über das Kavendlgebirge. Das sind 300 Kilometer. Für 300 Kilometer muss ich Größenordnung 10 bis 12 Stunden laden. Allerdings hängt es nur hier natürlich ganz stark von der Fahrweise ab. Also auf die Frage zurückzukommen. Lohnt sich das? Ja, das lohnt sich. Ich habe jetzt zwei Monate keine Tankstelle gesehen. Im Herbst wird es wieder eine Folge geben und danach im Winter auch. Also bis dann. Ciao.